Mein Name ist Mettler Manfred. Ich arbeite seit 25 Jahren hier in Eschi. Mein Aufgabenbereich ist Garage, Fahrer und Halterstellinfrastruktur. An meinem Job gefällt mir am meisten die Abwechslung. Ich bin Fahrzeugverantwortlich. Zu meinem Aufgabenbereich gehört Garage dazu. Ich bin Fahrzeugverantwortlich. Das beinhaltet natürlich einen Allmonat-in-Monats-Check, Öl kontrollieren, Türen kontrollieren etc. Für den Fahrplanwechsel bei Frostung und Temperaturen muss man z.T. den Bronzer vornehmen, dass man ein Zeug lösen kann, dass man es wechseln kann. So, wir haben die Fahrplan eingekannt. Liebe Fahrgäste, ihr dürft kommen. Wir freuen uns natürlich auf euch. Merci.